Zurück bei Andruck, dem Pressetalk. Wir reden über die SPD und die Möglichkeiten, was könnte noch passieren in den Ferien. Frau Merkel, die Kanzlerin, ist nämlich seit zwei Tagen in Urlaub und das drei Wochen. Und wir sprechen darüber, was passieren könnte. In Italien braut sich was zusammen, in der Türkei braut sich auch was zusammen. Wenn dort die Schleusen aufgemacht werden von den Erdogan und sagt, drei Millionen Flüchtlinge habe ich, schicke mal zweimal wieder nordwärts in Deutschland. Was haben wir denn? Dann ist es vorbei mit der Ruhe. Also zunächst einmal ein Wort zum Urlaub der Bundeskanzlerin. Kein Bundeskanzler hat wirklich Urlaub. Er fährt irgendwo hin, hat vielleicht in Südtirol ein paar Wandertage, Frau Merkel mit ihrem Herrn Sauer. Aber sie empfängt Besuche, sie telefoniert. Es gibt viele informelle Gespräche. Das ist bei jedem Regierungschef so. Außerdem ist sie, wie gesagt, nicht weit weg. Also sie könnte sich jederzeit, wenn eine Krise käme, ein Anlass käme, dann könnte sie sich jederzeit wieder ins Bundeskanzleramt begeben. Es braut sich mit der Flüchtlingsfrage ganz sicher etwas zusammen. Italien wird nicht fertig damit. Und ich kann nur das sagen, was ich schon früher sagte, das ist wirklich ein europäisches Problem, nicht nur ein deutsches Problem. Und da ist es, wenn wir schon von Urlaub gesprochen haben, in meinen Augen ein großes Ärgernis, wenn zum Beispiel der Präsident des Europäischen Parlaments, Dachani, in einem Brief an Kommissionspräsident Juncker Wert darauf legt, dass jetzt Sommerferien sind und man möge keine Briefe verfassen. Das heißt, in Brüssel, da hatte ich den Eindruck schon im Herbst 2015, als ich in Brüssel war, Höhepunkt der Flüchtlingslawine, könnte man sagen. Und da hat man den Eindruck, die Leute haben nur Karriereplanung und Urlaubsplanung im Kopf. Man hat überhaupt nichts mitgekriegt, dass Brüssel betroffen ist von der Flüchtlingsfrage. Und das ist jetzt wieder so. Und es ist jetzt noch immer so. Also man hat nicht die Verteilung der Flüchtlinge auf europäische Mitgliedstaaten hingekriegt. Das ist eine große Blamage. Man versteht auch zum Teil, warum manche Staaten so reagieren. Wir wissen ja, Merkel hat also ziemlich schnell und ohne Absprachen mit Nachbarstaaten oder mit Partnern, großen Partnern wie Frankreich, die Grenzen damals geöffnet. Im Herbst 2015. Und natürlich sagen dann andere Staaten jetzt, das sind eure Flüchtlinge. Warum sollte jetzt auf uns aufgeteilt werden? Und also es ist ein deutsches Problem, aber es ist definitiv ein europäisches Problem. Und da kommt was auf uns zu und da muss Europa funktionieren. Brechen wir das mal runter. Könnte das der SPD helfen? Oder der CDU schaden? Ich meine, kommt der noch selber raus? Na gut, die Kanzlerin steht momentan nicht nur für ein Höchstmaß an administrativer Rationalität in Europa. Sie steht für die letzten vier Jahre auch für das größte Staatsversagen in der Geschichte. Administrative Rationalität. Sie steht auch für das größte Politikversagen, wenn Robin Alexander recht hat, was er beschrieben hat. Nein, es wird der SPD nicht nutzen, sondern es könnte eher sein, dass die schon am Boden fast zerschlagene AfD wieder dazu gewinnt. Die SPD wird deshalb nicht gewinnen. Und da kommen wir nun auf einen Punkt, den ich als Manko in dem Programm der SPD sehe. Das Thema Integration kommt dort so gut wie nicht vor. Auch in der Auftaktrede von Martin Schulz kam das Thema Integration nicht vor. Das heißt, man hat immer den Eindruck, Integration wird in der SPD auf eine Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme reduziert und nicht auf eine kulturelle Herausforderung. Und da gibt es jetzt kritische Stimmen in der SPD von Christian Ude, von Julian Niederrümelin mit seiner Ethik der Migration. Oder auch vom Katholiken Wolfgang Thierse, der von Entheimatungsgefühlen spricht. Der sagt, die sagen, wir müssen uns auch kulturell mit dem Thema Integration, können das nicht einfach wegschieben. Und da kommt dann in Klammern natürlich die Tipp dazu, diese ganze Problematik. Nicht, dass Frau Schwesig noch kurz bevor sie als Familienministerin ging, dann noch eine Millionendranche überwiesen hat, ohne dass wir jetzt in der Öffentlichkeit wissen, was eigentlich aus den Spitzelimamen geworden ist. Sind die nun angezeigt oder durch die Hintertür verschwunden? Also das ist ein Thema, wo die SPD gepackt werden kann und das sie anpacken müsste, damit das nicht geschieht. Und da höre ich nichts. Da habe ich auch in der Wahlkampfauftaktrede von Martin Schulz nichts dazu gehört. Jetzt habe ich aber gelesen, in der CDU findet das so gut wie auch nicht statt. Die einzige Partei, die das ankraft, ist die CSU, wenn auch auf eine sehr fragwürdige Weise, indem sie mit dem Schweinebraten, der nicht verboten werden soll, auf den Speisegarten daherkommt. Das war auch so schön in der FAZ am Freitag. Da haben sie Zitate genommen und sagten, wo steht das, in der AfD-Programm oder sonst wo? Nein, im Wahlprogramm der CSU. Das ist aber zum Beispiel gerade ein Beispiel, was Sie da ansprechen mit der Flüchtlingskrise, wo man sehr schön ablesen kann, wie Merkel bestimmte Dinge handelt. Letztendlich ist das, die Flüchtlingskrise war, bzw. der Umgang mit der Flüchtlingskrise war eigentlich ein riesiger Betriebsunfall von Merkel. Im Grunde genommen, sie hat die Grenzen geöffnet, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollte. Und es gab, das ist ja unwidersprochen, die Befehle, die Grenzen zu schließen. Es hat aber keiner sich getraut, das zu machen. So, dann hat Merkel zunächst mal den Anschein erweckt, als wäre sie eine wahnsinnig flüchtlingsfreundliche Person, die die Humanität in den Vordergrund stellt. Wenn man sich die Politik der Union seitdem anguckt, stellt man fest, dass die in der Sache eine radikale Wende erfahren hat. Die Flüchtlingspolitik der Union ist nicht mehr flüchtlingsfreundlich. Herr de Maizière als Innenminister ist im Grunde genommen ein relativ spröder Bürokrat, der die am liebsten alle raus hätte. Der auch im Grunde genommen keinerlei Pläne entwickelt, andere übrigens auch nicht, zu sagen, wir werden mehrere hunderttausend Leute, die hierher gekommen sind, die vielleicht nicht auf Dauer Bleiberecht haben, aber die werden wir in den nächsten Jahren erstmal hier behalten. Und es gibt überhaupt keinen Plan, was machen wir eigentlich mit denen. Wir reden irgendwie unbestimmt von einem Einwanderungsgesetz und glauben, dass wir uns irgendwann die Maurer und Installateure und Fachleute aus anderen Gebieten irgendwo in der Welt von den Bäumen pflücken können. Das ist alles Quatsch. Statt zu sagen, wir haben jetzt Leute hier, die sind unbeschäftigt. Und unbeschäftigte Leute kommen oft auf dumme Ideen. Dem kann man aber wehren, indem man sie versucht zu integrieren, beruflich zu integrieren, auszubilden und, und, und. Das macht die Union gar nicht. Die SPD hat aber leider Gottes auch keine Pläne. Deswegen kommt es ja wahrscheinlich nicht vor im Programm. Und deshalb ist der Punkt, aber Merkel konnte das wunderbar kaschieren. Sie hat immer noch den Nimbus der Flüchtlingskanzlerin, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Und ansonsten muss man sagen, diese ganzen Afrikaner, die jetzt kommen, die Drecksarbeit nehmen uns, ich nenne das jetzt mal so, nehmen uns andere ab. Die Italiener, dann ist der Brenner davor, dann sind die Österreicher davor. Das heißt, wir sind hier schön im Grunde genommen von Ländern umgeben, die im Grunde genommen sich damit viel eher beschäftigen müssen als wir in Deutschland, weil wir geografisch sozusagen erst in zweiter oder dritter Reihe stehen. Und im Grunde genommen, wir können uns da irgendwie erstmal einen schlanken Fuß machen. Das ist nicht sehr schön, aber es stört auch anscheinend keinen. Ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum Martin Schulz Integration nicht aufgenommen hat. Ich glaube, der SPD ist in sich da sehr zerstritten. Es gibt also einen großen Flügel von flüchtlingsfreundlichem und integrationsfreundlichem Verhalten und andere fühlen sich überfordert und tendieren, solche Wählerbewegungen gibt es ja, tendieren dann eher zur AfD. Und wenn Schulz sich da zu eindeutig positioniert hätte, hätte er den einen oder den anderen Teil der SPD verschreckt. Aber ich mache eine andere Beobachtung. Ich sehe das eine Erosion im linksliberalen Wählerblock, und zwar zugunsten von Herrn Lindner und nicht zugunsten von der AfD. Denn der hat sich ja in Sachen Integration ziemlich deutlich geäußert. Die FDP stellt in Nordrhein-Westfalen einen Familienminister und Abschiebungsminister, wie der heißt. Also der hat gleich voll provoziert. Und was der nun zur Integration sagt, auch gegenüber den Linken, dass die nicht ewig die Integration nur auf die soziale Frage reduzieren, sondern sich auch kulturell damit auseinandersetzen müssen, das ist, glaube ich, schon attraktiv für linksliberale Wähler, die zum Beispiel die Grünen nicht mehr wählen können, wegen ihrer Willkommenseuphorie. Einspruch. Ja, da habe ich Einspruch. Ich glaube schon eher, dass die AfD wieder stärker wird. Und zwar zum ganz einfachen Grunde, man muss mal gucken, und das meine ich eben mit Drecksarbeit. In Griechenland leben vielfach noch Flüchtlinge unter vollkommen menschenunwürdigen Bedingungen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Griechen sich nicht kümmern, zum zweiten, weil sie auch heillos überfordert sind. Ähnlich kann es den Italienern auch gehen, geht es ja zum Teil schon. Oder man darf sich gar nicht ausmalen, was momentan ständig auf dem Mittelmeer passiert, wo ja viele ertrinken und wo sozusagen die Hilfsorganisationen, die dort aktiv werden, sich im Grunde genommen inzwischen doch beschuldigen lassen müssen, dass sie gemeinsame Sachen mit den Schleusern machen. Im Grunde genommen, wir versuchen uns das Problem ja möglichst weit weg zu halten. Und gleichzeitig ist die Angst enorm da. Die FDP hat ja im Grunde genommen auch kein Interesse an diesen Flüchtlingen. Und die haben ja, was sie geschafft haben, sie sind nicht auf einen FDP-Kurs gegangen. Im Grunde genommen wollen die auch sozusagen die Leute möglichst weit fern halten. Und sie halten sich bei diesem Thema einfach bedeckt, weil sie sagen, da sollen sie anderen sich drum scheren. Wir stellen unsere schöne Ikone Lindner ins Schaufenster, der im Grunde genommen ja oft genug wirkt, wie so ein Model für irgendeine schöne Modekette. Der aber auch seiner Meinung kein Hehl macht, dass er sagt, die Leute, die ja nicht hingehören, die sollen wieder weg. Ja, aber das ist aber auch nur blanke Theorie. Da redet er dann wirklich etwas, wo man das auch eher von der AfD kennt. Die im Grunde genommen, wenn sie hier nicht bleiben können, sollen wieder weg. Dann kann man sagen, was ist denn mit den Syrern? Die können einstweilen nicht weg. Was ist denn mit den Afghanen? Da ist es umstritten, ob die weg können. Im Grunde genommen, Afghanistan wird von allen, nur nicht von deutschen Stellen, als Land gesehen, in dem eine maximale Unsicherheit herrscht. Nur wir tun immer noch so, als gäbe es da Flecken, in die man abschieben könnte. Das heißt, wir lügen uns da auch wieder in die Tasche. Die Bundesländer schieben ja auch nicht ab. Ja, sie trauen sich nicht. Aber im Grunde genommen, das ist eine Linie, die manchen hier gar nicht passt. Das wird ernsthaft nicht so bleiben. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, die werden wir gar nicht los. Die wird Herr Lindner auch nicht los. Ja, was mich verwundert, Afghanistan, nur kurzer Einschub. Wir schicken da deutsche Bundeswehrsoldaten hin. Für die ist es scheinbar nicht gefährlich. Und wir wollen die Flüchtlinge nicht zurückschicken, weil es gefährlich ist. Das gefällt mir alles nicht so. Die deutsche Botschaft in Kabul, die existiert ja nicht mehr, weil sie faktisch in die Luft gesprengt worden ist. Oder dass es von einem Elkabin da draußen war. Wenn man sich die Anteile der Todesopfer in Afghanistan ansieht, muss man sagen, die Behauptung, da gäbe es sichere Flecken. Da kann ich sagen, da muss man aber schon sehr schräg gucken. Wir machen noch mal eine kleine Pause und dann wollen wir auch noch mal darüber reden, was passiert in der Türkei. Das haben wir so ein bisschen jetzt beiseite geschoben. Was würde passieren, wenn Eddie Erdogan sagt, okay, wenn ihr mich ärgert, ärgere ich euch auch und mach mal eben die Grenze wieder auf. Und es kommen eine Million aus der Türkei. Drei Millionen Flüchtlinge, das wollen wir uns mal in Erinnerung rufen, sind nämlich noch in der Türkei. Die können doch alle irgendwo hingeschickt werden oder auch nicht. Darüber reden wir nach der Pause weiter. Bis gleich. Drei Millionen Flüchtlinge